Jürgen Tegasche vorab er tun gleich für die Tonqualität dieses Videos ich wünsche viel Spaß im Video und bis gleich und damit eine wunderschöne guten Morgen Leute herzubekommen auf meinem Kanal ihr seht ihr in der Grund ein Gameplay was ich aufgenommen und hier jetzt einfüge uns warum wollte ich sie nur mit euch reden und muss sagen bis ins Gameplay an und ein Jahr wie gesagt heute geht es darum warum ich jetzt drei Tage nichts hochgeladen habe und ähm über WhatsApp und über Stalker und zwar ja sag ich mal so gestern haben mich zwei fremde Nummern angeschrieben erstmal rede ich über darüber ich habe zwei fremde Nummern angeschrieben und gemeint also nicht gemein aber sagt ey jo hi ich bin's und dann dachte ich mir erstmal so hey hi ich bin's was das schon scheißdreck und als ich dann ähm mir gedacht hab jo jo haben die jetzt meine Nummer von was haben die die jetzt ist da vielen Dank dafür und ich sag's mal so hört einfach auf mal so was so was regt mit der Zeit auch mal auf und jetzt ich habe vor euch schreibt einfach mal so eine fremde Nummer an was das also an die beiden Personen wenn ihr von Instagram kommt ich werde euch noch blockieren und das steht fest ich werde euch blockieren aber es soll ich noch über die Zukunft also nicht über die Zukunft sondern über meinen Kanal und warum solange nichts kam ist aus dem Grund dass ich in den letzten Tagen einfach keine Lust hatte und ich habe so viel gelivestreamt dass ich zur Zeit einfach keine Lust habe auf YouTube jetzt habe ich es wieder aber ich werde jetzt mehr Videos machen nur am Wochenende streamen also unter der Woche morgens nehme ich Videos auf bearbeite sie nach so hoch dieses Video seht ihr um 11 12 Uhr vielleicht keine Ahnung wenn ihr die seht oder das seht total unsicher wenn ihr das seht aber ich hoffe ihr seht es und ähm ja das ist so wie sagt man dazu ein bisschen besser wenn ich sowas mache weil ich mich jetzt mehr Pause vom streamen und am Wochenende stream ich dafür die kompletten drei Tage lang an so Freitag Samstag Sonntag stream ich die drei Tage Freitag morgen kommt noch ein Video und das ist so der Upload-Plan wenn ihr wollt dass ich mir einen richtigen Upload-Plan mache gerne mal Leiter und sagen wie der Upload-Plan aussehen soll ich tue ich ich tue euch in der Beschreibung mal hinzufügen wie ich den machen würde wie es aussehen würde wie es aussehen würde weil ich nachher noch zur Schule muss und mein Fenster ist offen weil in diesem Zimmer so eine Temperatur ist es sind 35,7 Grad leider nicht Minus sondern Plus leider nicht Minus sondern Plus und da auch jetzt keine Lust zu streamen sondern halt eher Lust als YouTube Mund aufzunehmen hochzuladen und dann noch Zeit zu haben für den das so meins und so mache ich es auch und ja wie gesagt wenn es was gefällt könnt ihr auf jeden Fall ein Like da lassen natürlich einen netten Kommentar und unten in die Beschreibung schauen in kostenlosen Abo da lassen und und die Glocke aktivieren dass ihr benachrichtigt werdet wenn ich ein Video hochlade und dann sage ich das was ihr vom Video wenn ihr gefallen hat Abo und Like da lassen und wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin und tschau Leute